Hallo aus Fürth! Ich bin ja hier, um euch exklusive Insider-Infos zu liefern, und zwar diesmal in der videomäßigen Lochbar-Ausgabe. Gut, wir stehen hier vor der Stadthalle. Sieht gar nicht so spektakulär aus. Spektakulär ist dafür das Wetter, denn es ist wahnsinnig schön sonnig und wie wir sehen können, laufen hier überall Spieler rum. Naja, sei ihnen gegönnt. Ohne die geht's ja irgendwie nicht. Ja, also mein Morgen war bisher sehr, sehr gut, nachdem alle, denen ich die Daumen gedrückt habe, auch gewonnen haben. Das heißt, ich kann sie auch noch mal sehen. Ja, von daher viele sonnige Grüße aus Fürth. Ich gehe jetzt noch mal gucken, ob sie mich zum TV-Tisch lassen. Mal sehen. Man muss ja die Grenzen seiner Akkreditierung auch ausnutzen. Okay, bis bald. Tschüss!